Das Sturmgeschütz 3, Sonderkraftfahrzeug Nummer 142, ist kein klassischer Panzer, sondern eine fahrende Kanone. Der Unterschied besteht in dem fehlenden Drehturm. Zum groben Ausrichten der Kanone muss das ganze Fahrzeug gedreht werden. Die Herstellung war kostengünstiger als bei regulären Panzerkampfwagen und es konnte ein wesentlich stärkeres Hauptgeschütz eingebaut werden. Bewaffnet war das Sturmgeschütz 3 mit einem Maschinengewehr und einer 7,5 cm Sturmkanone. Letztere machte das Fahrzeug zu einem echten Panzerjäger. Zwischen 1940 und 1945 wurden etwa 10.000 dieser Sturmgeschütze hergestellt. Vier Mann Besatzung fanden in dem mit bis zu 80 mm Stahl gepanzerten Innenraum Platz. Der 300 PS starke, wassergekühlte Otto Motor von Maybach brachte den Koloss auf 40 Stundenkilometer. Das verhältnismäßig leichte und sehr flache Gefährt hatte immerhin noch ein Gesamtgewicht von fast 24 Tonnen. Das Modell im Maßstab 1 zu 6 liegt hingegen nur schlappe 80 kg und ist mit einem Soundmodul und LEDs bewaffnet. Dieter Hössel hat gut ein Jahr an dem Modell des Sturmgeschützes 3 gearbeitet. Es hat jede Besatzung für sich entschieden, was braucht man, was hat man organisiert. Und so hat jede Besatzung seinen Panzer, seinen Sturmgeschütz ausgerüstet. Das heißt also, nicht jedes Sturmgeschütz war vom Aussehen her gleich, was die Zubehörteile betrifft. Von außen ist es zu ca. 98% detailgetreu, versichert der Liebhaber von Kettenfahrzeugen. Als Ingenieur der Elektrotechnik hat er beruflich mit Schaltanlagen zu tun. Die richtige Bedienung der Maschinen in seiner Werkstatt hat er sich zum größten Teil selber beigebracht. Zwei CNC-gesteuerte Fräsmaschinen, ein Laser und eine Drehbank stehen dem 64-jährigen Tüftler unter anderem zur Verfügung. Modellbau betreibt Dieter schon seit mehreren Jahrzehnten. Mit Modelleisenbahnen im Maßstab 1 zu 87 hat alles angefangen. Ein Fass ohne Boden. Da wird man nie fertig, dazu kommt das Alter, die Augen werden schlechter und wer will schon sein ganzes Leben unter einer Eisenbahnplatte herumkriechen. So fiel die Entscheidung auf eine andere Gattung Modellbau. Besser händelbar, mit größeren Bauteilen, Augen- und Rückenfreundlich. In seiner Bundeswehrzeit ist er selber schon Panzer gefahren. Er liebt wohl das Rasseln der Ketten, scherzt Hössel gern mal. Die funktionelle Bauweise ist sicher auch ein Grund. Schließlich geht es im Wesentlichen nicht um das Benutzen, sondern um das Herstellen der Modelle. Aluminium und Messing sind die bevorzugten Materialien in dieser Werkstatt. Beide Werkstoffe lassen sich ausgezeichnet zersparnen. Aluminium ist zudem leicht und Messing lässt sich sehr gut löten. Als eine besondere Herausforderung ist sicher auch die Beschaffung von Bauplänen anzusehen. Modellbauer greifen oft auf alte Abbildungen zurück, recherchieren im Internet und Fachbüchern. Aber auch die technische Umsetzung kann Probleme bereiten, denn schließlich soll sich auch am Modell alles möglichst originalgetreu bewegen. Die Kommandokuppel zum Beispiel, die sich drehen kann und mit einem aus- und einfahrbaren Periskop ausgestattet ist. Da war einfach zu wenig Platz für zwei Antriebe. Das Problem hat Dieter allerdings dann doch gelöst, wie man sehen kann. Die Kampfwagenkanone sind 7,5 Zentimeter. Das kann links und rechts 12,5 Grad. Er kann nicht während der Fahrt schießen. Das gab es damals noch nicht. Die mussten also alle beim Schießen anhalten, egal ob das ein Sturmgeschütz ist oder auch ein Panzer ist. Also hier befinden sich die Schalter für die Motoren ein- und aus, für das Servo und für das Soundmodul. Also hier befinden sich nochmal Schalter, wo ich die einzelnen Funktionen, MG, Kommandantenkuppel drehen, Rohr links, Rohr rechts einzeln abschalten kann. Also hier sind zwei Batterien, 2x2 Volt Batterien, zwei Lautsprecher, das Soundmodul. Hier drunter befinden sich also die Servos für die Ansteuerung MG, für die Ansteuerung Kommandantenkuppel. Servomotoren im Heck steuern paarweise die Antriebe und jeweils das passende Geräusch dazu. 100% elektrische Trennung, nennt man das wohl. Die Rückfederung, das Geräusch des Schusses und die Simulation des Mündungsfeuers erfolgen noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Die Programmierung dieser Sequenz ist derzeit noch fehlerhaft. Ein Problem, das Dieter noch lösen wird. Im Original sind das Revisionsklappen, die also auch zu öffnen sind. Klappe rechts, darunter befindet sich der Hauptschalter. Also diese Klappe ist halt zum Laden. In Fachkreisen würde man jetzt sagen Feldbetankung. Und auch ein neues Projekt hat Dieter bereits angefangen. Das Nashorn ist im Original ein 24 Tonnen schweres Panzerabwehrgeschütz auf Selbstfahrlafette. Dieser Panzerjäger war mit einem 8,8 cm Geschützrohr bewaffnet, wurde 1942 entwickelt und später in den deutschen Eisenwerken produziert. Eine echte Rarität. Nicht einmal 500 dieser Fahrzeuge sind bis 1945 in Dienst gestellt worden. Dieses Modell soll im Herbst 2017 fertig werden. Doch bis dahin muss noch eine Menge recherchiert, getüftelt, gelötet, gebohrt, gefräst und geschraubt werden. Frohes Schaffen!